Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Abenteus in Yu-Gi-Oh! Duel Links! Und heute geht's um Übelschar, einem Beinahe-Klon von dem Concella-Deck, was wir ja in der letzten Folge vorgestellt haben. Nur nochmal mit einigen anderen Twists und Nuancen. Und wenn ihr Evil 2 mögt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, gibt's jetzt sogar eine neue Möglichkeit, mich zu unterstützen. Denn falls ihr TCG-Karten mögt und gerne mal TCG-Karten bestellt, dann probiert es doch mal bei GateToTheGames. Link in der Beschreibung. Benutzt dort den Code REGI und ihr bekommt sogar nochmal 5% auf euren Einkauf abgezogen. Viel Spaß, 5% Rabatt und dann noch mich unterstützen. Vielleicht ist das ja was für den einen oder anderen. In dem Sinne geht's heute, wie gesagt, mit Evil Swarm erstmal los. Ich gehe gleich nochmal auf diese Thematik nochmal ein bisschen genauer ein. Evil Swarm ist, wie gesagt, fast ein identischer Klon zu dem Concella-Deck. Es hat ebenfalls einen, äh, interessanten Skill, der das Deck nochmal deutlich besser macht. Wir können einen El-Charmonster von unserer Hand und einen Charmonster von unserem Deck auf den Friedhof legen. Fügen dann unserem Deck einen Charmonster von unserem, äh, unserer Hand, einen Charmonster von unserem Deck hinzu. Und wir können nur El-Charmonster als Spezialbeschwörung beschwören, äh, ausgenommen Spezialbeschwörung von unserem Extra-Deck. Ja, äh, sehr einfacher Effekt, nochmal minimal anders als der Concella-Effekt, aber auch ein Effekt, der halt, äh, zu diesem Arc-Type ganz gut passt. Wir haben übelschar Kastor, der, äh, ein Klon ist zu Pollux, glaube ich. Äh, Pollux hieß er, glaube ich. Ja, der müsste Pollux gewesen sein. Äh, wenn wir nämlich übelschar Kastor normal beschwören, können wir in dieser Runde ein weiteres übelschar, äh, Monster normal beschwören. Als zusätzliche Normalbeschwörung. Wir haben, äh, Kerkheon, der, äh, ähnlich zu Cerberus ist, glaube ich, oder Kerberos, ähm, hat den ersten Effekt, der halt nicht relevant ist in dem Deck. Äh, der zweite Effekt ist der relevante Teil. Wir können nämlich einen Charmonster von unserem Friedhof verbannen und dann ein weiteres Charmonster von unserem Friedhof wählen. Wir fügen das, äh, als zweite Monster unsere Hand hinzu. Und dann können wir in diesem Spielzug voll den Effekt aktivieren. Wir können ein weiteres Charmonster als Normalbeschwörung beschwören. Very, very nice. Äh, es gibt eine Karte für übelschar Mandragora, die, äh, sich selber spezial beschwören kann, falls der Gegner mehr Monster kontrolliert als wir. Also Going Second ziemlich gut. Und wir spielen übelschar Donnervogel, der ebenfalls, äh, eigentlich nur als Name in dem Deck gilt. Und, äh, beim Blick auf die Monster ist mir gleich aufgefallen, dass, äh, Constella da irgendwie besser war tatsächlich, was so die regulären Monster angeht. Weil Mandragora ist so ein bisschen limitiert, was seine Effekte angeht. Und, äh, Donnervogel ist ebenfalls nicht so, der wirklich der Burner, ähm, also kein Vergleich zu, äh, Hermes Stab beispielsweise, der ja wirklich absolut krass ist. Ähm, ja, dafür haben wir Zugriff in diesem Deck auf, äh, die Karte Befallpandemie. Alle offenen El-Scharmonster, die wir derzeit kontrollieren, bleiben in diesem Spielzug von Zauber- und Fallenkarten unberührt. Und das heißt in diesem Deck, dass wir beispielsweise Schwarzes Loch aktivieren können, ohne dass unsere ganzen Monster dadurch zerstört werden. Wir aktivieren also Schwarzes Loch, chainen, äh, Befallpandemie an und gucken, was der Gegner dann macht. Shit happens, würde ich in den meisten Fällen sagen. Gleiches gilt für Nageldecke, wobei Nageldecke auch in der gegnerischen Runde aktiviert werden kann. Zwar nur alle offenen Monster betrifft, aber trotzdem ebenfalls mit Befallpandemie so ein bisschen kombiniert werden kann. Und, äh, damit wir natürlich, ja, das Match gegen Constella auch gewinnen, spielen wir auch nochmal Licht einsperrender Spiegel in diesem Deck, der alle Effekte von Lichtmonstern annulliert, äh, sowohl im Friedhof als auch, ähm, aus dem Spielfeld, wie gesagt. Ziemlich, ziemlich nice. Ähm, und wir haben natürlich auch noch das eine oder andere Bossmonster, ja. Wir haben zum Beispiel jetzt Orpheon, äh, Orpheon, Verzeihung, der, äh, das Pendant zu Pleiades ist. Ebenfalls limitiert eins, ebenfalls über einen Bundle erhältlich. Und, äh, das ist eine interessante Floodgate-Karte. Denn, solange diese Karte Exit-Material hat, können Monster der Stufe 5 oder höher nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden. Ah, ja, Tenny, äh, ist hier, glaube ich, gerade so ein bisschen, äh, am Zittern, was ganz cool ist. Und wir können einmal pro Spielzug, indem wir ein Material von dieser Karte abhängen, unserer Hand eine Befallzauber-der-Fallen-Karte hinzufügen. Das heißt also, dadurch ist Befallpandemie beispielsweise auch suchbar, um ihn vor Buh des Mondes oder Ähnliches zu schützen, was ganz cool ist. Und wir spielen auch nochmal einen übelcher Bahamut, der, äh, den Effekt hat, dass wir eine andere Shark-Karte von unserer Hand abwerfen können und dafür die Kontrolle über ein offenes Monster vom Gegner übernehmen können, was ein ziemlich krasser Effekt ist. Ohne Drawback, das Monster kann angreifen, genauso wie Bahamut. Also wir haben da wirklich keinen, also keinen wirklich krassen, äh, Drawback, was nice ist. Und wir haben natürlich noch den Exitonen-Ritter, der ebenfalls ziemlich nice sein kann, ebenfalls komplette Bordwipen kann. Going first hier und da manchmal ganz praktisch ist, je nachdem, wenn man weiß, gegen was man spielt. Und die neue Karte Kern-Gorgon ist ganz cool. Die gibt es zwar nur einmal, die gab es jetzt irgendwie als, äh, Lock-In-Reward, glaube ich, in der Kampagne, oder gibt es noch. Ähm, wenn der Gegner, äh, genau eine Karte auf dem Spielfeld als Ziel wählt, können wir ein Material von ihm abhängen, um ein neues Ziel, was in Frage kommen würde, zu bestimmen. Ist hier und da auch nochmal ganz praktisch. Und, ähm, ja, ohne groß drum rumzulabern, starten wir doch einfach mal, äh, zocken ein paar Runden und ich bin gespannt, wie das Sexy spielen lässt. Also die erste Vermutung von mir war, als ich die Monster gesehen habe und auch die, äh, eingereichten Listen, beispielsweise auch Dueling's Meta, was ich ja oft als, ähm, was ist eigentlich die Tierlist aktuell? Tierlist sagt aktuell, dass Tandy ganz gut ist und Constella gefolgt auf, äh, auf zwei. Okay, das ist interessant. Tandy immer noch auf eins, Constella auf zwei, Lifetons ebenfalls auf zwei. Okay. Interesting. Und, ähm, ja, Constella ist, denke ich, einfach konstanter. Constella, konstanter. Hahaha. Also, ähm, hat man da dann doch mal ganz viele andere Möglichkeiten, ne? Hätte ich jetzt gesagt. So, was kann denn dieses Deck? Äh, ich glaube, dieses Deck kann nicht zwei Exit-Monster gleichzeitig beschwören, oder? Ich glaube nicht, dass dieses Deck zwei Exit-Monster gleichzeitig beschwören kann, Leute. Ich bin mir da sogar relativ sicher. Anyways, aktivieren wir doch mal in Schar Union. Ähm, wir schicken auf den Friedhof, äh, Castor. Und, äh, meinetwegen den Donnervogel. Und nehmen dann auf unsere Hand Mandragora, ne, Castor für die kommende Runde, I guess. Ja, wobei Kerkion für die kommende Runde wahrscheinlich besser gewesen wäre. Egal. Dann können wir nämlich Kerkion beschwören. Wir aktivieren den Effekt von Kerkion. Wir, ähm, Wait a minute. Ja, Kerkion wäre besser gewesen. Egal. Wir, ähm, verbannen Donnervogel. Nehmen Castor dann stattdessen auf die Hand. Dann kann ich den Effekt von Kerkion nochmal aktivieren. Ich kriege eine zusätzliche Normalbeschwörung für einen Schar-Monster. Kann es also direkt nach dem, nach der Effekt-Resolution aktivieren. Und jetzt könnte ich noch einen Castor beschwören, aber lass mir bleiben. Ihr seht's, ähm, man hat nicht so viele, ähm, Float-Optionen, wie zum Beispiel Constella es hat. Das ist dann, in dem Fall zum Beispiel, deutlich besser bei Constella. So, wir gehen auf Ophion. Weil ich glaube, Ophion ist eigentlich immer unser PP-Guard-Turn-1-Play, den wir wollen. Hätte ich jetzt gesagt. Dann können wir, äh, Kerkion einmal abschmeißen. Und uns eine, äh, Befall-Pandemie auf die Hand nehmen. Wir setzen Befall-Pandemie. Wir setzen Befall-Pandemie ein weiteres Mal und geben dann unseren Zug ab. Nein, theoretisch hätte ich den Skill gar nicht nur zu brauchen. Aber ich, doch hätte ich. Aber ich hätte mir wahrscheinlich dann eher Kerkion suchen müssen, statt Kastor. Naja, das wäre, das wäre besser gewesen. Anyways, hinterher ist man immer schlauer. Was ist das? Gunkan, äh, Sushi. Okay, ist das... Okay, okay. Jetzt, äh, bin ich gespannt. Das Gunkan-Deck. Das, äh, hat teilweise Monster der Stufe 5. Teilweise. Es hat aber auch Monster der Stufe 4. Deswegen mal abwarten, was jetzt hier so passieren kann. Kann halt nichts spezialbeschwören, was Stufe 5 ist. Was schon mal ganz nice ist. Auf jeden Fall, Leute, ja, Openings. Ich habe gestern meinen neuen Sponsor revealed on-stream. Und zwar Gate to the Games. Falls ihr mich also in Zukunft unterstützen wollt, mit, äh, Real-Life-Karten-Einkäufen, könnt ihr das wunderbar machen, indem ihr, äh, einfach den Code REGI, wie gesagt, nutzt. Bei euren Einkäufen. Gebt nochmal ein bisschen Rabatt. Reicht eventuell auch einfach, wenn ihr nur auf den Link klickt. Ja. In der Beschreibung. Gigi ganz nebenbei. Hehe, GG. Und, ähm, aktuell plane ich, ich habe da ein paar coole Sachen zugeschickt bekommen, unter anderem von Gate to the Games. Teilweise auch direkt von Konami. Und ich plane, wie gesagt, ein paar Opening-Videos zu machen. Jetzt erstmal, ne? Wir gucken mal, wie das ankommt. Yu-Gi-Oh! In, äh, TCG, ne? Opening-Videos. Wollte ich nochmal angemerkt haben. Ja, hier sind teilweise paar Stufe 5 Karten. Die meisten sind aber 4er gewesen. Aber, ist gut zu wissen. Und, äh, ja. Ich, äh, bin sehr gespannt, wie es ankommen wird. Ich plane aktuell, dass ich die Openings live auf Twitch mache. Dann aber, äh, diese Openings jeweils als Highlight auch nochmal auf YouTube hochladen. Für die Leute, die halt nicht immer in den Streams dabei sein können, wollen, was auch immer. Dass man da auf beiden Plattformen dann so ein bisschen was davon hat. Und, äh, wie bereits erwähnt, ihr würdet mich tierisch unterstützen, wenn ihr über den Link da, in Zukunft, es müssen ja keine Yu-Gi-Oh! Karten sein, es kann ja alles andere sein. Die bieten ja auch, äh, viel anderen Stuff an. Wenn ihr mich da einfach unterstützen würdet, ja? Würde mich, äh, auf jeden Fall tierisch freuen. In dem Sinne, äh, freue ich mich drauf, ne? In dem Sinne freue ich mich da schon sehr drauf. So, wait. Aus dem Tal der Flammen erheben. Hm. Ja, das ist, äh, Salamon Great. Da muss ich, glaube ich, anders vorgehen. Wobei wir die Nageldecke haben, die aber nicht so viel bringt. Pass auf, dann nehmen wir Kerkeon auf die Hand. Hm. Ich könnte auch was anderes gehen, aber da habe ich keine Möglichkeit, mich verbucht des Mondes oder so zu schützen. Übelche Alpraum war auch nicht verkehrt gegen das Deck, aber da habe ich kein Follow-up. Also mir fehlt Follow-up tatsächlich. Ophion ist nicht gut gegen das Deck. Oder? Wartet mal kurz. Wenn ich jetzt schon mal dabei bin, lass mich doch einmal kurz schauen. Aber ich meine, das Deck spielt tatsächlich doch noch vier Sterne Monster. Ja, ja. Spielt noch vier Sterne Monster. Und halt Link-Karten. Dann ist es die Tonritter ist auch nicht so geil. Es muss eigentlich übelischer Alptraum sein, ne? Naja. Will du lügen, wenn ich sagen würde, ich freue mich? Ophion bringt dir halt absolut nichts. Das ist übelischer Alptraum. Ich habe halt kein Follow-up, ne? Das ist, wie gesagt, das, was mich so ein bisschen grübeln lässt. Nix, die Tonritter ist halt mit zweimal Nageldecke nicht so schön. Da muss es eigentlich Alptraum sein. Übelischer Alptraum. Auch wenn ich, wie gesagt, kein Follow-up habe. Da muss ich einfach hoffen, dass ich noch einen Kerkion oder so gleich ziehe. Ja. Anders geht's nicht. Anders geht's nicht. So. Ich habe mir jetzt ein bisschen extra viel Zeit gelassen. Sorry dafür. Aber anders geht's nicht. Gegen das Deck sind wir dann natürlich mit unserem Boss-Monster ein klein wenig aufgeschmissen. So. Federvieh. Ich muss hoffen, dass ich noch einen Kerkion topdecke. Anders geht's nicht. Federvieh kann seinen Effekt aktivieren. Ich schmeiß eine Handkarte ab und die Karte ist jetzt nicht aktivierbar. So war das doch. Genau. Die Nageldecke. Die will ich ohnehin sehr ungerne aktivieren, lieber Gegner. Von daher macht ihr da nichts draus. So. Gazelle. Und aus Welt für Spezialbeschwörung und aktiviert seinen Effekt und wir machen die Virtual Albtraum und flippen die Gazelle instant zu. Zumindest ist der Plan und Cynet kreuzwischen. Okay. Jack Jaguar ist da. Und Falco. Da gibt es nur noch eine Handkarte. Normalbeschwörung ist raus. Ich habe noch ein schwarzes Loch und hier haben wir eine Nageldecke für die kommende Runde. Ich muss topdecken, gell? Ja, ich muss topdecken. So, Falco kann seinen Effekt aktivieren. Federvieh kommt zurück auf die Hand. Dafür kommt Falco aufs Feld. Äh, da ist bei Jack Jaguar. Dann flippen wir den noch zu. Dann müssen wir in dieser Runde zumindest nicht noch mal was ertragen. Ist das kein Once per Turn? Es ist kein Once per Turn von Federvieh. Oh no. Oh no. Ich dachte, das ist ein Once per Turn. Ach, das war mir nicht klar, Leute. Hey, das war mir nicht klar. Dann hätte ich das hier eigentlich nicht machen dürfen. Hm. Dann werden wir jetzt hier einige Probleme haben. Ja. Dann werden wir einige Probleme haben, bis die Ressourcen angeht. Äh. Gibt es nicht so eine Spielkarte für solche Decks? Wahrscheinlich nicht. Kann halt noch Jack Jaguar raushauen, ne? Kannst du was dann auch noch in deinem Friedhof wählen, bis dann steckt zurück, ja, ja, und dafür kommt Jack Jack. Wait a minute. Hm, schwarzes Loch, ne. Der kleine Signalungsgitter gleich wieder ins Grave. Der geht ja gleich wieder ins Grave, genau. Sunday Wolf. We hate this deck. Oh, wait. Aber er kann nichts machen. Oh. Wenn das mal kein Topcake ist. Wenn das mal kein Topcake ist. Dann schauen wir mal. anscheinend habe ich jetzt hier doch ein paar Möglichkeiten. Anscheinend. Gucken wir mal. Kerkyo nochmal. Nein, ich habe ihn die falsche. Nein, ich habe ihn die falsche Zone beschworen. Nein, jetzt ksog der Kreis auf die Hand. Wait. Federvief. Ach. Ach, Raghur, was soll das denn? Was soll das denn, Raghur? Lass die Misplays sein. Okay, das war zugegebenermaßen etwas blöd. So, Ophions Effect. Wir können Kerkion abschmeißen. Ja, das war doof. Jetzt hab ich den Free Value gegeben. Come on, man. Okay, ich könnte schwarzes Loch aktivieren. Aber das bringt mir nichts. Stattdessen sette ich die Befallpandemie. Ich kippe schwarzes Loch immer noch auf der Hand. Die Karte, die ich zugeflippt hab, war doch... Falco, ne? Ja. Dann gehen wir jetzt einfach in die Battle Phase. Signal-Lux wird wahrscheinlich jetzt seinen Effekt aus dem Grave aktivieren. Aber das bedeutet im Umkehrschluss, dass meine Nageldecke gleich ordentlich reinklotzen kann. Okay, lassen wir den Gegner einfach machen. Er hat nochmal einen Circle auf der Hand. Kann sich jetzt also nochmal irgendwas holen. Karzelle theoretisch, ne? Ne, wait. Karzelle hat er sich nicht reingemischt. Wir warten ab, Leute. Wir warten ab. Mehr holt er sich. Okay. Dann gucken wir, dass wir den Gegner gleich eine ordentliche Nageldecke geben. Das ist der Plan. Wir gucken, dass wir den Gegner eine ordentliche Nageldecke geben. In der Befallpandemie. Aber wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Am besten... Ja, wir warten einmal ab. Wir warten einmal ab. Das könnte knifflig werden. Das wird knifflig. Aber wir warten ab. Jetzt ist das alles Timing-Sache. Und natürlich auch Missplay-Sache. Wir müssen hoffen, dass der Gegner so ein bisschen... Okay, das ist schon mal gut, dass der Falco auflückt. Er muss die Normals-Namen draus haben. Er muss die Normals-Namen draus bekommen. Könnt noch mal ein Signal-Luchs linken, merke ich gerade. Nee, er geht in Geed-Leo. Ich glaube, da komme ich nicht drumherum. Dann hatten wir jetzt die Nageldecke... Ich hätte die Befallpandemie vorher aktiviert können. Ah, das ist... Ah, das hätte nicht sein müssen. Das hätte nicht sein müssen. Das hätte nicht sein müssen. Ich hätte jetzt einfach die Befallpandemie erstmal aktivieren können. Ja, und dann hätte ich den Gegner noch ein paar Ressourcen nutzen lassen können. Ah, nee, nee. War nicht ganz optimal. Nee, nee. Weil jetzt hat er noch seine Normalbeschwörung. Er hat Federvier auf der Hand. Na, wir wissen, dass er Federvier auf der Hand hat. Er hat noch Falco. Er hat noch Jack Jaguar. Also da kann noch ein bisschen was kommen. Da kann auch ein bisschen was kommen. Warten wir mal eben ab. Uh, die Bad Käfer. Das ist ein ziemlich starker Draw. Das ist ein ziemlich, ziemlich starker Draw. Na, nochmal Signal-Luchs. Okay, jetzt ist die Grave Protection wieder da über Signal-Luchs. So, Federvieh. Genau. Kommt aus Fels. Jetzt bin ich gespannt. Jack Jaguar. Und er hat halt immer noch Falco. Wobei er für Falco ja eine Handkarte bouncen muss. Zeit? Zeitbeschreckungssieg. Okay. Also, das fühlt sich jetzt nicht ganz verdient an. Aber das ist zum Beispiel jetzt ein Matchup gewesen. Da kannst du den Gegner halt nicht stumpf platt gaten, weil ja, wir sind halt in Zeiten, Leute, da gibt's Link-Karten. Link-Karten haben keine Stufe. Das heißt, man kann die jetzt nicht so wunderbar rauslocken. Aber ja, dann ist das so. Dann ist das so. Dann ist das so. Ja? Ich glaube, wir haben das trotzdem ganz okay gemacht. Und wir haben natürlich auch noch das Herz der Karten in unserer Hand gehabt. Ja? Das Herz der Karten. Alright. Kim. Hashtag Pro. Alles klar, Kim. Alles klar. Ich glaube, wir spielen hier gegen einen waschechten Pro. Ja, Leute. Ich glaube, der Kim, der merkt das selber. Keine Sorge, das müssen wir eben nicht sagen. Anyways. Mandragora können wir abschmeißen. Kerkian auf die Hand. Genau, Kerkian auf die Hand. Und dann machen wir das wie folgt. Wir droppen erst den Kastor. Damit sein Effekt schon mal live ist. Gucken wir mal, ob der Gegner irgendwie interrupted oder so. Nein. Dann droppen wir Kerkian. Gucken wir mal, ob der Gegner jetzt was macht. Immer noch nicht. Okay. Dann aktivieren wir den Effekt von Kerkian. Wir... Wey! Doch, ich kriege immer auch mit dem Deck zwei Exide-Monster aufs Feld, merke ich gerade. Wey! Das ist ja kein Once per Turn, ne, von ihm. Doch, es ist nur ein Once per Turn. Ah! Okay, dann habe ich nichts gesagt. Der ist ein Once per Turn. Schade. Schade. Du kannst ihn in der Effekt nur einmal pro Spiel zu benutzen. Sonst hätte ich jetzt gesagt, wir können nochmal Kastor beschwören und der Effekt stackt dann nochmal. Was auch Sinn machen würde, sonst könntest du ja Kastor into Kastor into Kastor droppen. Ja. Was ja auch nicht so Sinn und Zweck des Ganzen ist. So, verbotener Kälte wird jetzt erst auf Kastor aktiviert. Ich drücke es mal freundlich aus. Oh! Oh! Okay. Aber warum auf Kastor? Warum auf Kastor? Egal. So, Nageldecke plus schwarzes Loch auch nochmal setten und dann wird einfach angegriffen. So! Mr. Kim Hashtag Pro. Was hat Kim Hashtag Pro noch für uns am Start? Na, schade. Ich merke gerade, dass ich den Donnervogel eigentlich auf dem Feld hätte lassen sollen. Bei ihm hätte ich ja theoretisch noch schützen können. Ich hätte dich theoretisch noch schützen können. Okay, ich glaube, das ist ein Nageldecke. Ein Pfeil für Nageldecke, denke ich. Könnte ein Pfeil für die Nageldecke sein. Oh ja, das ist ein Pfeil für die Nageldecke. Wait. Er kann Instant Exiden? Er kann Instant Exiden. Jetzt aber. Nageldecke. Es ist ein Pfeil für die Schmerz. Es ist ein Pfeil für die Nageldecke. Es ist ein Pfeil für die Nageldecke. Er ist ein Pfeil für die Nageldecke. Es ist ein Pfeil für die Nageldecke. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was mich negiert hat. Ich weiß nicht, was mich negiert hat. Was hat mich da gerade negiert? Die Karte hat er die Karte hat er direkt anzugreift. Einmal wieder. Du kannst einfach ein bisschen Anzeige. 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 Achso. Einmal vor Spiegel während der Main Phase oder der Battle Phase seines Gegners. Ah. Ah. Ja, Dynamo. Okay. Das Ding hat in die Gate gehabt. Das war mir eigentlich gar nicht klar. Schade. Schade. Das war mir eigentlich gar nicht so wirklich klar. Das gute Sankt-Chip. Sushi, Sushi, Sushi. Ziemlich OP teilweise. Ziemlich OP. Anyways, Leute. Vielen in die Nachwitzung. Wenn es euch gefallen hat. Das ist ein Daumen nach oben da. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Und bis dahin Wiederschauen reingehauen. Macht's gut. Und ciao. Daumen nach oben nicht vergessen.